Heutzutage altern immer weniger Menschen auf natürliche Weise, und die Menschen neigen dazu, aufgrund von Krankheiten zu altern, von denen 70% durch schlechte Ernährungsgewohnheiten verursacht werden. Risto Memaši, ein bulgarischer Genetiker, sagt, dass das Geheimnis der Langlebigkeit darin besteht, Maßlosigkeit zu vermeiden und sich nicht zu überessen, was wir oft tun, denn es gibt Produkte, die das vorzeitige Altern und häufiges Erkranken des Körpers beeinflussen, und es gibt Produkte, die im Gegenteil verjüngen und heilen. Bernardo Lappalo ist ein Brasilianer, der seit mehr als 100 Jahren lebt. Und hier sind seine Ernährungsempfehlungen, Lammfleisch ist sehr gesund, aber halten Sie sich von rotem Fleisch fern. Essen Sie keine Hot Dogs, Pommes frites oder anderes Fast Food. Leider ist dies in einer Zeit des schnellen und verlockenden Essens das schwerste, was man tun kann. In diesem Video werden wir drei Rezepte vorstellen, die in Bezug auf die Körperverjüngung Wunder wirken können. Sie tragen dazu bei, den Mangel an Nährstoffen, die der Körper benötigt, auszugleichen und schädliche Substanzen zu bekämpfen. In der Zwischenzeit finden Sie hier einige Tipps, wie Sie länger leben können, von denen Sie noch nie von anderen gehört haben. Erste Aufrechterhaltung der Mundhygiene. Vielleicht einer der unerwartetsten Tipps für ein langes Leben. Aber der Forscher Michael Reussen sagt, dass man durch eine gute Mundhygiene die Lebenserwartung um 6,4 Jahre erhöhen kann. Er erklärt dies damit, dass schlechte Mundhygiene Zahnfleischerkrankungen wie Gingivitis und Zahnabszesse verursachen kann. Infolgedessen können sich die Arterien verengen, was eine der Hauptursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Zweite Kein Stress. Der emotionale Zustand ist die Grundlage für die Aufrechterhaltung des inneren Energiegleichgewichts des Körpers. Unkontrollierte emotionale Reaktionen und Stress beeinträchtigen stark die Vitalität und Immunität und stören die innere Energie, was zu nervösen Störungen führt. 3. Essen Sie so viele Antioxidantien wie möglich. Der Körper verfügt über Giftstoffe, die aus der Umwelt stammen, sich anhäufen und biochemische Stoffe, sogenannte freie Radikale, bilden. Freie Radikale greifen die Zellmembranen an, schädigen sie und töten die Zelle schließlich sogar ab. Antioxidantien sind diejenigen, die Radikale bekämpfen, also essen sie Lebensmittel, die Antioxidantien enthalten. Jetzt ist es an der Zeit, Ihnen drei einfache Rezepte für ein langes Leben zu verraten. Suchen Sie sich eine davon aus, bereiten Sie sie vor und beginnen Sie sofort mit der Verjüngung Ihres Körpers. 1. Ein Rezept mit Honig, Knoblauch und Zitrone. Geben Sie den Saft von zwei Zitronen und zwei geschälten und zerdrückten Knoblauchzehen in ein Halbliter Glas mit Honig. Essen Sie dreimal täglich 30 Minuten vor den Mahlzeiten einen Teelöffel der entstandenen Mischung, bis das fertige Produkt verzehrt ist. Zweites Rezept mit Honig, Knoblauch und Zitrone. Option 2. Hier sind die anderen Verhältnisse desselben Mittels. Drücken Sie in einem Liter Glas den Saft von 10 Zitronen und 10 Knoblauchzehen aus. Als nächstes mischen Sie alles gut durch. Sie sollten einmal täglich 4 Teelöffel der Mischung einnehmen. Essen Sie langsam einen Teelöffel nach dem anderen. Die resultierende Mischung sollte für zwei Monate ausreichen. Den Anhängern dieses Rezeptes zufolge können sich auch schwache alte Menschen auf diese Weise erholen und verjüngen. 3. Ein Balsam aus Zentralasien auf der Basis von Honig und Knoblauch. Asiatische Gewürzhändler empfehlen eine andere Möglichkeit, diese Produkte zu kombinieren. 10 Zitronen, die direkt mit der Schale gewürfelt werden. Als nächstes schälen und zerkleinern Sie 10 mittelgroße Knoblauchzehen und schälen ein Stück Ingwer. Alle Zutaten sollten einem Kilo natürlichen Honig zugesetzt und gerührt werden. Nehmen Sie einen Esslöffel der resultierenden Mischung ein, bevor Sie dreimal täglich essen. Das Mittel sollte für 20 Tage ausreichen. Ich denke, Sie haben bereits verstanden, dass es vor allem darauf ankommt, Honig, Knoblauch und Zitrone zu kombinieren. Und die Proportionen sind nicht so wichtig, denn sie sind alle wirksam. Probieren Sie eines der Rezepte aus und schreiben Sie in die Kommentare, ob es bei Ihnen geholfen hat.